morgens und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von battlefield 1 natürlich und wir spielen weiter schon lange her ich weiß und deswegen stimmen wir uns gleich rein wir gucken mal ob wir alles hinkriegen so punkte waren zusammen letztes war das ist dann heute morgen um drei uhr morgen kann ich mal gesagt da habe ich über 30.000 punkte gekriegt 40.667 okay los geht's noch mal weil es so schön war ok lepamine einwerfen so und dann schauen wir mal los geht's wir laufen im finsteren Kanal in der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar natürlich zum D, weil wir wollen D erobern was hat das denn von mir Ladylike, Alter ich darf nicht durch aber wir gehen mal hier lang nur aufpassen muss keiner tütteln oh du Panzer alter ok so du brauchst nicht warten bis da einer kommt und auch geil ne ich werde gleich ich wurde befördert jetzt schon wieder aber nicht schlecht ich werde bald wieder neue Waffen holen ich weiß noch nicht was wir noch für Panzer erweitern nicht 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 ich weiß nicht hier da C ist weg ok das soll ja noch irgendwo nein nein immer hier eh nein hier lang da lang mit dem einsatz Ziel Cäsar erobert das sind alle nur auf der rechten Seite wie das sieht aber das kippen auch nicht ok perfekt oh nein Oh nein Boah erschreckt mich doch nicht so ich bin verletzt helft mir Oh, jetzt bin ich gerade dabei. Oh, 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 oh. Fuck, ich werde sterben. Ich weiß nicht, ob ich sterben werde. Ah. Sanitäter, ich bin getroffen. Komm, Sanitäter. Er läuft weg. Idiota. Äh? Ach nein, Alter. Äh, es gibt auch Leute, die haben Mots, habe ich schon gehört. Und die sind dann sehr schwer zu töten. Hammer, ne? Das ist der Oberhammer. So eine Scheiße schon wieder, echt. So, weiter geht's hier. Ab in den Krieg, wir sind die Kühne. Oh, ja. Oh. Oh. Ich bin wieder. da wie gesagt wenn du die maske aufpassen hast du keine chance das ist so eklig mit der maske oder gehen wir in den panzer rein nochmal schnell stopp nein so wir gucken erstmal die behalte ich auf jeden fall guck mal hier okay okay karabiner infanterie schaden sie weniger die wir haben und hat ja sehr gut für die dinge also die paar graben teleskop ach komm so die nehmen wir auch gleich gucken wir mal wie weit wir kommen ist aber sehr wackelig wir haben einsatz ziel emil erobert also die idee ist der rückstoß ist enorm muss ich ehrlich sagen also der ist ja heftig heftig gutes deutsch gutes deutsch wir gehen aber mal auf die andere seite gegen so viel hast du keine chance also ich habe die falsche wieder die falsche waffe aber ich mag die map auch nicht muss ich ehrlich zugeben weil die ist mir nicht mehr ne 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 wir kontrollieren alle einsatz ziele in der nähe deiner position ist ein wachsoldat verfügbar halbzeit wir haben die oberhand die oberhand ein feindlicher panzerzug ist unterwegs ein feindlicher panzerzug ist eingetroffen ja steigte auch durch ok leute bis dann und auf wiedersehen